Wir haben die Bühne quasi eröffnet und sind jetzt mal wieder dabei als Special Guests und es ist definitiv wieder was Besonderes. Ja, wir haben uns die junge Bühne als Partner ausgesucht, sie haben dieses Jahr zehnjähriges Jubiläum zur Kieler Woche und die Kieler Woche steht für uns für Weltoffenheit und alle Menschen der Welt kommen zu uns zum Feiern und darum wollen wir mit Musik ein positives Zeichen setzen für Vielfalt und gegen Rassismus. Ja, wir wollen Jugendliche erreichen und Jugendliche erreicht man besonders gut über Emotionen, Musik ist hoch emotional besetzt, da kommt man ins Gespräch und kann die Themen ansprechen und die halt wichtig sind. Morgen, ich bin Leo von Carolina Kingdom, ich bin der Sänger. Wir spielen heute zum zweiten Mal für Kieler Woche auf der jungen Bühne. Wir haben letztes Jahr schon einmal hier gespielt und wurden gleich nach unserem Auftritt gefragt, ob wir nicht wieder dabei sein wollen. Da haben wir natürlich gleich Ja gesagt und als wir dann noch gehört haben, dass das Motto Rock gegen Rechts ist, kann man da ja sowieso nicht mehr absagen. Musik 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 Wir haben schon öfter hier auf der jungen Bühne gespielt und das war auch immer eine super tolle Erfahrung, ist ja auch für Jugendliche ohne Alkohol, finden wir super und dieses Jahr ist noch was ganz besonderes auch für uns, Rock gegen Rechts quasi, ist noch mal so ein zusätzlicher Benefit. Wir sind natürlich auch eine Band, die sich für solche Sachen stark macht, gerade gegen Rechtes Gedankengut und das können wir nur unterstützen. Wir freuen uns wahnsinnig dabei zu sein und hoffen, dass heute alle super engagiert sind und alle mitmachen und wir viel erreichen. Jetzt kommt ein neuer Fall, das ist meine Chance. Ich starte durch und fang nur bald von vorne an. Lasse alles hinter mir und setz den Blick nach vorn. Ich bin am Leben, ich bin ewig wie ein Tag. Wir haben uns riesig gefreut, dass auf dem Platz der jungen Bühne dieses Jahr das Projekt Rock gegen Rechts umgesetzt werden kann, in Kooperation mit dem Beratungsnetzwerk gegen Rechtsradikalismus, weil die junge Bühne ist einfach die ideale Plattform für so ein Projekt und wir haben hier ganz viele Leute vor der Bühne gehabt, die mit uns zusammen gefeiert haben und wir wünschen uns, dass es natürlich in diesem Jahr weitergeht. Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen!